Hallo meine Freunde! Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix. Ja. Ich bin gerade hin und her gerannt in meinem Haus, weil irgendwie was gescheppert hat. Und dabei war es nur eine Katze. Ja, tut mir leid. Ach, egal. Ich muss ein bisschen mit meinem scheiß Atem tun. Naja, auf jeden Fall. Ich habe eine Idee bekommen, während ich auf das Scheppern gehört habe. Vielleicht ist es der Fall, dass es nicht nur hier etwas gibt. Mit Delfinen vielleicht noch auf eine andere Stage. Und ich werde jetzt auch noch auf eine andere Stage gehen und da noch den Delfinen suchen. Hm. Meeresgrotte. Eine Grotte? Ne. Eine Grotte eher nicht. Muss schon ein offenes Plateau sein, denke ich. Ich glaube, Atlantik an sich wäre, glaube ich, ein gutes Plateau. Ich glaube, da habe ich auch letztens schon mal ein Delfin gesehen. Wir gehen doch einfach mal. Ups. Müssen wir auch ein Atlantiker sein, oder? Da gibt es jetzt hier irgendwo noch einen Weg. Ich habe gerade wieder ein wunderschönes Lied. Ich weiß nicht, ob hier immer wieder alles wieder spawnt, aber... Ja. Keine Ahnung, irgendwie ein bisschen für... Das ist hier irgendwo ein Delfin. Oh, der Apokalypt. Du siehst doch gerade überhaupt nicht aus, irgendwie so generell. Wegen Leben und sowas. Weißt du, das Ding eigentlich, dass es unglaublich nervt? Ich glaube, es ist ihm gar nicht bewusst, wie sehr er nervt. Kann man das jetzt Glück oder Unglück nennen? Wer das gespawnt hat, aber ich auch noch seine EP bekommen habe. Interessant. Ach, oder spawnen die immer und lassen sie sterben? Ja, nächstes kleines Level noch hier. Der Fien! So. Fien soll mich irgendwo hinbringen, auf fremde Orte. Okay. Ach ja, er kann ja gegen die Strömung. Okay, wo sind wir jetzt? Frack. Schiffsfrack. Oh mein Gott, eigentlich nicht Frack. Ich mag Fracks. Ich mag Schiffe. Oh mein Gott. Aber das Schiff ist irgendwie nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Egal, ich mag Schiffe. Ach! Wohnt Ursula nicht irgendwie auf so einem Schiff? Hm, hier geht's sogar rein. Ups, ich hab sogar den Eingang gefunden. Das ist ganz aus Versehen. Hi. Frack verlassen. Nein, ich möchte das Frack nicht verlassen. Hier schon seht ihr, hier sind Schätze. Ähm. Ähm. Ich möchte den Loot haben. Monsieur. Loot ist wichtig. Nicht einfach angreifen. Oh, was ist das? Hm, diese Form habe ich schon mal gesehen. Ich, ich verstehe. Let me, let me, äh, let me, ähm, eclair. Ähm. Okay, vielleicht habe ich es selber herausgefunden, aber... Let me eclair trotzdem. Ähm. Das passt da in aller, in aller, würde ich schon sagen. In Ariel's Versteckrin. Tju. Ich will hier raus. Oh Gott. Meeresgebirge. Meeresgebirge. Oh, was ist denn hier los? Untersuchen. Diese grelle Licht mit mir. Ich möchte wissen, was das kann. Dieses grelle Licht mal aus der Nähe betrachten. Hm. Vielleicht ist es auch einfach, ich kann nach oben. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Ach, ich verstehe. Ich muss jetzt erstmal komplett den... ...den lästigen Weg gehen. Und dann habe ich so eine Schnellverbindung von Frack 2. Dings, weil da die Kiste ist. Ja. Okay. Get it. Oh, was war denn das? Untersuchen. Hm. Hm. Was ist das für ein Ding? Come on. Ich komm da nicht ran. Doch, kommst du. Hm. Was ist das für ein Ding? Das ist eine gute Frage. Aber vielleicht kann ich... Ich stecke jetzt erstmal den Kristall in den Stecker. Ich stecke das Ding in die Stecker. In die Steckte Usche. Meereströmung. So. Okay, okay. La 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 la. Ah, okay. La 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 la. So. Ah, ne. Hier ging es doch zum... Ist es hier zum Palast? Ich weiß es gerade nicht. Hier stehen wir uns hin hoch. Meerestgrotte. Okay. Bin die Grotte. Grottige Grotten sind grottig. Ja. Ich komm echt mit den Tasten aufeinander. Obwohl ich schon die ganze Zeit schwimme. Ui. Meerestgebirge. Genau, da wollte ich hin. Das ist the right place. So. But this time we want to be versteckt. Versteckt. Ich fahre mir das nicht mehr an. Das ist einfach so... Nee. Ich fahre einfach mal an. Der hat die Schwimmflosse auf der falschen Seite. Das bleibt für immer mein Insider. Also nicht Insider und sowas. Aber hey. Da bist du. Los. Steck den rein. Uh. Oh mein Gott. Dieses Spiel ist... Annierend am Film ran. Aber auch irgendwie überhaupt nicht. Ariel. So. Du hast mich wieder zufrieden. Ich hab dir gesagt nicht zu verlassen. Daddy. Oh. 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 Ich höre gerade meine Hintergrundmelodie. Da 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 da. Da da da. Da da. Oh. 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 Ah, Sweetie. Du hast auch etwas Besonderes. Prüste? Jetzt hör' dich vorsichtig. Es war da wo die ganzen Schnecken immer voll toll zusammen sind. You don't care me, I want to... Okay. But I wanted to... I think the keyhole they seek is somewhere in the palace. Now, my dear, if you can take me there without your daddy knowing, I can help you get to these other worlds you long for. Okay. Es ist jetzt doch zum Palast? Ja, es heißt jetzt doch zum Palast, okay. Oh mein Gott, epische Musik im Hintergrund und ein gutes Spiel im Vordergrund. Oh mein, ein fetter... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fischi, Fischi, Fischi töten. Fischi! Fisch, Fisch, Fisch! Fischstäbchen! Boah, ich konnte das die Filet machen. Oh, die Filet ist weg. Wenn wir entschlossen, wurde es ein Schlemmerfischfilet von Iglu. Der mit dem Blub. Oder Spinat war. Egal, wurde es auch dem Blub. Machst dein Flisch... Bist dein Fisch. Machst Blub, 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 ganze Zeit. Ha, 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 ha! Der Trident ist mein, am Ende! Und ich konnte es nicht ohne deine Hilfe, mein Lieber. Es ist noch ein Nein! Ich wollte das nicht! Oh. Warum nicht? Nichts du wütigst von deinen Lieben, deinem Lieber? Oh, ja. Wir haben wirklich ein Flisch, nicht wahr? Wir haben Zeit für eine kleine Reise. In die Schmerzen des Geheimdienstes. Wir können nicht finden die Flisch. Die Flisch ist nicht hier. Was? Okay. Okay, das ist überall die schwarzen Flecke, wo sie war. Okay. Okay, so. Sebastian kriegt doch immer den Ärger. Ja, ich nehme doch schon wieder. Aber nein, das letzte Mal habe ich Kofi rausgeschmissen. Dann kommt Ariel diesmal. So, dann kommt es Sonne. Der Zauberkessel verleiht Ursula übernatürliche Kräfte. Um Ursula zu besiegen, musst du die Magie ihren Zauberkessel vernichten. Okay, dann geht's jetzt. Auf zu Ursula. Auf zu Ursula, das geht vor Ort. Die Musik, die geht voll ins Blut. Okay, jetzt muss ich nur wissen, wo Ursula hat ihren Platz. Das ist wahrscheinlich wieder das Schwerste von allen. Fischi. 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 Steh auf Fischi. Eigentlich könnte ich so lange mal eine Megaposche nehmen oder sowas, weil... Ich habe schon so viele Aufheber meines Trainings gefunden. Also... Items. Sowieso. Ich möchte jetzt einmal kurz mit meiner Ausrichtung meine Items clearen. Ähm. Achso. Ich habe hier... Tauschen. Truhe. Truhe. Pfff. Ich habe... Truhe. Noch eine I-Porsche reinhauen. Eta und nochmal ein Porsche. Das muss reichen. Die haben ja alle gar nichts. Okay. Dann gebe ich den allen ganz normalen Dings. Tausch. Truhe. Normale Porschens finde ich jetzt ja nicht so schlimm. Die kann man... Auch gerne mal solchen... Leuten geben. Ich meine, sie sind ja eigentlich auch nur dazu da, dass sie dich heilen. Nein. Truhe, normaler Porschens. So, und Goofy... Och, Goofy. Ey, du bist... Goofy ist wieder so einer... Ey, gib mir die 500.000... Truhe Porschens. Fertig. Nächstes. Ähm. So. Truhe Porschens. So. Mal sehen, ob ich gleich heilen will. Ist ja schon so, dass ich gleich heil. Okay. Ich hatte ja... Nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass... Oh, kleiner Quatsch. Das tut auch lustig. Zuerlich. Wer ist da auch am Benteiligen? So. See ya. So. Ah, die ist hoch und runter, ey. Kann ich da jetzt irgendwas ausrichten? Na klar, dann nie. Jetzt frage ich mich nur, wo Ursula versteckt ist. Finde ich hier einen... Hinweis. Irgendwie. Hier ist ja das jetzt mal aufgetaucht. Ne. Irgendwie nicht. Mein Gott. Hat er nichts geschafft, in diesem Partei, das Gefühl? Hat er überhaupt nichts? Und wo geht's denn hin? Min. Ah. Du, 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 du. Ach. Den. Hm. Ach, jetzt hinter. Da kann das sein. Ah ne, hier ist ein ganz normaler Weg. Ich will von denen. Ich will noch mal zum Palast, ganz ehrlich. Das ist doch nicht mehr zum Feiern. Ganz ehrlich. Das ist ja überhaupt nicht mehr zum Feiern. Hm. Dann noch mal beim Wrack. Wie gesagt, ich hab echt das Gefühl, dass das Wrack noch mal wichtiger wird. Weil das Wrack war doch irgendwie... Oh mein Gott, ich liebe dich. Fischi, Fischi. 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 Ich wollte gerade einmal erklären, was ich vorbeige. Ich gehe jetzt noch mal zum Wrack. Zum Wrack. Die Wrack, Wrack, Wrack. Ich weiß nicht, ob ich das wieder ein bisschen Delphine machen muss. Na gut, warum auch nicht so ein Delphine. Ich habe jetzt einmal für mich festgestellt. Ich habe mich schon irgendwie für drei Parts festgestellt. Aber okay. Wenn ich das Lied anmache... So, bin ich froh. So, nebenbei. So. Wenn ihr nebenbei Mausklicks hört, dann ist das einfach nur ich, dass er seine Musik umstellt. Weil er steht auf Musik und so. Hm, mehrere Strömen. Was ist das da eigentlich? Das habe ich... Das konnte ich auch eben anvisieren. Das ist doch irgendwie mehr Igel oder nicht. Naja, wir gehen erst mal zum Wrack, die Wrackfach. Okay, aber ich kann nicht gegen... Okay, das heißt, wir müssen wieder hier hoch. Yay, Leute. Wir müssen hier wieder hoch. Wir kommen doch vor. So. Wir hier oben, ich denke, wir können doch eigentlich auch gleich den Part beenden, weil eigentlich ist er schon so weit. Oh, hey. So, Delfin, wo bist du? Muss ich dafür überhaupt Dinger hier töten oder finde ich dich auch gleich so? Okay, ich mache noch das Lied. Weil das Lied gerade toll ist und dann ist das Lied, was ihr nicht hören könnt. Und dann ist der Part beendet. Oder sagen wir mal so, ich suche den Delfin noch. Und dann ist der Part beendet. Okay, das ist der letzte Gegner. Ja, danach bende ich den Part und danach folge ich dem Delfin. Okay. Okay, wir sind ohne Delfin. Jetzt werden wir da nicht viel arbeiten. Delfini, Delfini. Finius. Finius und Furt. Ja, hier. So, gut. Da, 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 da. Dann sofort eine Katzchen ausgelöst wird, habt ihr wieder das Glück. Wenn nicht, dann, hey. So, so, so. Ach ja, ich werde hier vorher auch was ausgelöst. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts Final Mix. Tö, 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 tö.